Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eine Fliese austauschen und somit natürlich auch die kaputte Wand- oder Bodenfliese richtig entfernen und auch ersetzen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall ist eine Wandfliese kaputt gegangen und das Ganze kann ich, wie in einem extra Video gezeigt, mit so einem Reparaturset bei kleinen Löchern leider auch nicht mehr reparieren, weswegen ich jetzt meine ganze Fliese einmal herausnehmen muss und danach natürlich eine neue ganze Fliese einsetzen werde. Zuerst einmal müssen wir bei unserer entsprechenden Fliese unbedingt den Fugenmörtel außenrum einschneiden. Das hat jetzt den Sinn, dass wir nämlich dadurch die Spannung zu den benachbarten Fliesen herausnehmen und beim Entfernen von dieser kaputten Fliese dann natürlich auch nicht aus Versehen irgendwie die außenrum liegenden Fliesen noch beschädigen können. Am leichtesten funktioniert das Ganze mit so einem speziellen Multifunktionswerkzeug mit einem Aufsatz für Fliesen bzw. Fugenmörtel. Natürlich kannst du im Notfall auch probieren, das Ganze mit einem flachen Schraubendreher auszukratzen, auch das ist deutlich aufwendiger. Und beim Herausschneiden sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir mal so nah wie möglich bei unserer kaputten Fliese das Ganze aufschneiden. Nicht, dass wir auch hier oben unsere intakte Fliese irgendwie beschädigen und bitte auch nicht zu tief hineinschneiden, sondern nur wirklich so tief, dass wir durch den Fliesenkleber hindurch kommen, da sich vor allem im Duschbereich darunter oftmals noch eine Abdichtung befindet und die möchten wir auf gar keinen Fall irgendwie noch mit einschneiden. Der Fugenmörtel ist entfernt und jetzt sollten wir sicherheitshalber mal noch ein Stück Karton unter die kaputte Fliese geben, da wir diese jetzt natürlich auch noch rausbekommen müssen. Das können wir entweder mit einem Hammer und Meisel machen oder natürlich auch mit einer entsprechenden Stemmmaschine und einem flachen Aufsatz hier vorne. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass du jetzt bitte nicht hier oben bei den Fugen irgendwo beginnst, die Fliese rauszumachen, sondern bitte wirklich immer von der Mitte heraus arbeiten, da wir natürlich unsere außenliegenden Fliesen, wie gesagt, nicht beschädigen möchten. Und wenn wir hier in der Mitte einmal schon ein kleines Loch drin haben, dann können wir das Ganze auch ganz einfach dementsprechend raushebeln. Bitte wegen dem frischen Fliesenkleber nicht wundern, ich muss das Ganze nochmal nachstellen, da meine Kamera nicht richtig aufgezeichnet hat. Und jetzt geht es aber darum, dass wir mal unseren alten Fliesenkleber noch herunterbekommen, dass wir da natürlich auch die neue Fliese richtig reinkleben können. Hier können wir entweder mit einem speziellen Aufsatz von dem Multifunktionswerkzeug zum Abschrauben arbeiten oder aber wir stemmen das Ganze einfach vorsichtig weiter runter. Meinen Fliesenkleber habe ich größtenteils entfernt, das sollte auf jeden Fall passen. Und ich bin auch nochmal mit dem Staubsauger drüber gegangen, dass der Untergrund jetzt auf jeden Fall staubfrei ist. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir den Untergrund dementsprechend noch vorbereiten. Also in meinem Fall, wenn das eine Dusche wäre, könnte ich hier zum Beispiel bei so einer beschädigten Stelle noch eine Abdichtung anbringen oder natürlich das Ganze auch mit Tiefgrund bzw. Haftgrund bearbeiten. Bei mir sollte es so aber auf jeden Fall ausreichen. Als nächstes sollten wir mal noch herausfinden, was für eine Zahnung wir jetzt verwenden sollten, um den Fliesenkleber hier hinten ordentlich aufzubringen. In meinem Fall kann ich relativ gut mit einem Meterstab hier hinten mal von der Wand bis zu meiner anderen Fliese messen. Das sind jetzt circa 5 Millimeter und da ist so eine 10 Millimeter Zahnkelle wirklich optimal, da wenn die Kämmen nämlich am Ende umfallen, das Ganze circa eine Schichtdicke von 5 Millimeter ergeben sollte. Deswegen erst einmal unseren Fliesenkleber flächenbündig auftragen und danach mit unserer Zahnkelle einmal abziehen. Ich persönlich entferne mit einer einfachen Kelle übrigens immer noch ganz wenig Fliesenkleber zu den benachbarten Fliesen. Hat jetzt einfach den Vorteil, dass wir danach natürlich beim Einsetzen von unserer neuen Fliese nicht das Problem haben, dass es den Fliesenkleber jetzt durch die Fugen wieder nach vorne drückt. Außerdem, wenn deine Oberfläche relativ uneben ist und der Fliesenkleber sich nicht so sauber auftragen lässt, dann könntest du das Ganze natürlich auch auf die Rückseite von deiner neuen Fliese machen. Im nächsten Schritt aber erst einmal die neue Fliese einsetzen und natürlich auch mit etwas Druck schon weiter hineingeben. Das Ziel ist natürlich, dass wir am Ende hier keinen Überstand zu unseren alten Fliesen haben. Das kann man auch relativ gut mit seiner Wasserwaage immer nachkontrollieren und dementsprechend entweder mit der Hand etwas weiter hinein drücken oder wir können natürlich auch mit so einem Gummihammer etwas nachhelfen. Die Tiefe meiner Fliese passt auf jeden Fall und jetzt geht es mal noch darum, dass wir diese so ausrichten, dass natürlich unsere Fugen außenrum gleich groß bzw. mit den Fugen von den alten Fliesen übereinstimmen. Und da kann ich dir auf jeden Fall solche Fugenkeile ans Herz legen, denn die kann ich einfach mal hier etwas unten drunter schieben und somit natürlich meine Fliese auch dementsprechend anpassen. Von der Seite her, da brauchen wir normalerweise keine Keile, das können wir einfach etwas mit den Fingern hin und her schieben und das sollte natürlich am Ende auch so sitzen bleiben. Zum Schluss gerne noch mit einem Fugenkeil oder mit einem flachen Schraubendreher überstehenden Fliesenkleber entfernen. Der stört später nämlich nur und wenn unser Fliesenkleber jetzt nach Herstellerangaben richtig durchgetrocknet ist, dann können wir das Ganze auch schon wie in einem extra Video gezeigt richtig verfugen und somit haben wir eine kaputte Fliese auch schon gegen eine neue ausgetauscht. Wenn du dir für zu Hause so ein Multifunktionswerkzeug mit entsprechenden Fliesenaufsätzen, eine Zahnkelle oder natürlich auch Fliesenkleber zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.